Hallo allerseits! Die Kickstarter-Kampagne ist seit etwa sechs Wochen beendet und wir arbeiten mit Volldampf an der ersten Alpha-Version für Backer. In den letzten Wochen haben wir zum Beispiel an verschiedenen Locations im Spiel gearbeitet und konzentrieren uns jetzt auf die Texturierung, Beleuchtung, Effekte und Optimierung. Wir haben auch eine ganze Reihe Charaktermodelle fertiggestellt. Tatsächlich fehlen nur noch wenige Modelle und wir sollten alle Charaktere in zwei Monaten fertig haben, abgesehen von dem komplett neuen Charakter, den Markus noch im Rahmen des Stretchgoals erschaffen muss. Wir haben uns viele Gedanken zum User-Interface gemacht, an Kampf-Sounds gearbeitet, viel geschrieben und gescriptet und einen Haufen Animationen erstellt. Hey, that one was mine! You're just too slow, dear brother! Eine Menge Arbeit ist in das Verhalten der Orks geflossen. Sie reagieren nun deutlich dynamischer und realistischer. Auch das Rutschen der Orks und Zwerge über den Boden haben wir stark reduziert. Unser Komponist Benni hat begonnen, die Musik zu schreiben und bereits die ersten Cutscenes vertont. Schaut mal, wie viel besser diese bekannte Cutscene mit Musik und Sounds klingt. Und dann geht's mal, wie viel besser die Musik zu sein. Es ist ein Rutschen, der Klingel, der Klingel von der Mögel zu sein. Look at me, I am Synthuras, der Reaper of your death. In about four weeks, some of you will be able to have a first look at the game and we're looking forward to your feedback. See you then, your King Art Team. Untertitelung des ZDF, 2020